Ah! Willkommen in der Moodle Time. Heute schauen wir uns mal wieder lustige Videos an, beziehungsweise heute Stunts. Okay, okay, okay. Oh, 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 oh! Bein oben. Einfach mal ein paar Klimmzüge machen oder... Ach du Scheiße! Da freut sich aber jemand richtig. Ja, wenn man mal die Straße irgendwie verloren hat. Wo ging es nochmal zur Straße? War es hier lang? War es hier lang? Heilige Scheiße ist das eng! Irgendwann findet er dann auch die Straße. Und eingelocht! Hier nochmal eine Zeitlupe. Holy! Hier sehen wir uns nochmal eine Zeitlupe. Warum nicht mal anders spielen? Bei den Füßen. Wer von euch kann denn jonglieren? Äh, ich persönlich habe das irgendwie nie richtig auf die Reihe bekommen. Vielleicht fehlt mir einfach das Taktgefühl dafür. Ich finde es auf jeden Fall beeindruckend. Wie ein Boss. Wie ein Boss. Wie ein Boss. Oh my god!